Hallo bei GoWorks Swiss. Ich bin meine Grillstation am machen, wie ich beim vorherigen Video gesehen habe. Jetzt habe ich hier meinen Grill. Der ist schon etwas in die Jahre gekommen, aber ich bin sehr zufrieden mit dem. Und jetzt haben wir hier ein Problem mit dem Griff. Und ich möchte mir einen neuen Griff bauen. Weiter nach dem Intro. In einem neuen Griff haben wir einen Schuss aus dem確認ensten Böechen. Das��ei ist mir, dass ich nicht alle gesehen habe. Ich nehme nur einen Schuss aus dem距en, nicht zu sehen. Der ist ein Schuss mit dem Klick, dass du einen Kuss aus dem Reste funktionieren möchtest. Ich habe mich mit noch einen Schuss aus dem Reste aus. Der war die Russell an memoir. Musik Das verwenden wir hier Jetzt habe ich hier ein Loch gebaut Mit dem Fosselbohrer etwas grösser Damit ich mit dem Tuch Meine Unterlagsscheibe nehmen Nur eine kleine So Jetzt haben wir die Schrauben hier schön versäumt Und jetzt zeichnen wir das an Die Schrauben hier Die Schrauben hier Die Schrauben hier Jetzt haben wir hier Diese Mutter Unterlagsscheibe Vier Unterlagsscheiben Zwei Mutter Du bist Ich bin schrauben hier Ich bin schrauben hier Die Schrauben hier Ich bin schrauben Sie sind aber auch Diese haben die Schrauben hier Ich bin schrauben Hier Du hast doch Musik Meine Version von meinem Grip Das war mein Tipp Lasst mir einen Abo da oder einen Daumen hoch Weitere Tipps werden dann folgen Und entschuldigt meine Brille im Gläser Ich sehe kaum noch was Go work, squeeze Wir sehen uns Ciao Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020